Leute, ich liebe es einfach rauszugehen und Sachen zu erleben. Und als ich heute draußen war, habe ich einfach sowas cooles entdeckt. Ich habe einfach einen so coolen Automat entdeckt. Und als erstes dachte ich, hier gibt es Mojis, weil es Moji-Automat hieß. Man musste dann seine Karte dranhalten, um reinzukommen. Und drinnen waren einfach so stylische Automaten, die einfach so geile Sachen hatten, die ich noch nie gesehen habe. Ich wollte dann unbedingt etwas kaufen. Es war schon ein bisschen teuer, aber ich habe mich dann für ein Kit entschieden, womit man selber Rahmen machen kann. Leute, kennt ihr Rahmen? Das ist einfach so schwer selber zu machen und ich bin so gespannt, wie das wird. Ich habe mich wirklich wie so ein Schnitzel gefreut. Wollt ihr ein Video sehen, wie ich das ausprobiere?